ich zeigte jetzt in diesem video wie du ganz einfach ein foto vertext als allererstes möchte ich diesem foto noch ein hashtag geben und heute ist habe ich herausgefunden ich kannte hier noch gar nicht treppenhaus freitag und ich möchte ja meine community dazu anregen dass die auch fotos machen und dass die mich vertegen und vertegen geht a zeichen dann wähle ich das zeichen aus hier und wenn du mich vertegen möchtest musst du ja web ganz einfach schreiben ich komme ja jetzt schon da vorne ganz einfach dann nimmst du mich hier oben sagst du fertig und damit das bild schöner ist machen wir es kleiner und jetzt schiebe ich das einfach raus aus dem bild und das hier könntest du auch kleiner machen rausschieben oder du könntest noch ein gift drauf legen und dann sagst du deine story du kannst natürlich noch einen standort hinzufügen in meinem fall krefeld auch hier mache ich das kleiner und schiebe es raus dann kannst du deiner community noch sagen heute ist treppenhaus freitag mach ein foto das kannst ja schreiben vertegen mich gesehen bei claudia von web ganz einfach so ist der weg dass du auch mit deiner community immer schönen kontakt bleibst und dir was neues ausdenkst jetzt wünsche ich dir viel spaß beim nacharbeiten